Musik Was geht ab? Schauen Sie sich den nächsten Abbrüßchen hier auf meinem Kanal Jowalski Und zum ersten, ihr seht Jowalski, ich habe hier Kopfhörer im Ohr stecken, das hat einfach den Einfachen Grund, dass von meiner Die Tonaufnahme Von meinem Handy Kaputt ist, ist da irgendwas Schrott gegangen, irgendwie keine Ahnung Auf jeden Fall habe ich dann getestet Mit Kopfhörern das mal zu testen Und da habe ich auf jeden Fall Festgestellt, dass Die Tonaufnahme deutlich besser ist Sogar besser als vorher gewesen ist Also von daher Ist es auf jeden Fall sehr sehr gut Und ja auf jeden Fall Willkommen zum 900 Abos bei Schlerwalski Der Sascha sagt immer, ich schnuschel Ich weiß, ich schnuschel auch Ähm Ja und zwar Ich habe ja hier Ein Gewinn Ein von diesen drei PS3 Spielen gemacht Und Es gibt zwei Gewinner heute Und einer gewinnt hier die ganzen Karten Und Ja Bam Leute, auf jeden Fall Will ich auf jeden Fall jetzt wieder Seit nächsten Tagen streamen Ja das Video kommt erst nächste Woche Ich drehe jetzt gerade hier am 7. Februar 2018 Ähm Aber trotzdem Ich werde wieder mehr streamen Ähm Ich habe immer gesetzt Ein Bot Genau Ich habe ein Bot Ähm Ja Und zum einen will ich raushauen Ähm Es geht jetzt um die Streams Ähm Das Ich auf jeden Fall Also kann man sich sagen Ähm Wenn ich 30 Zuschauer Im Livestream habe 30 Zuschauer Genau 30 Oder Können auch über 30 sein Dann Dann werde ich beim Ersten Stream Dieses Jahres Ähm Dem Top Shatter Was zuschicken Wäre das eine Lösung Wäre das doch was cooles Und dann Ähm Ich werde mich dann immer steigern Bei 40 Zuschauern Da geht es bei 50 Zuschauern Erst was Da geht es bei 60 Zuschauern Erst Ähm Beim Top Shatter Was zugeschickt Also Und ja Spam ist nicht erlaubt Auch an die Mods Julian, Dennis Ne Nicht spammen Ähm Genau Ich habe auf jeden Fall Jetzt ein Bot Und der erzählt Auf jeden Fall Dann die Kommentare des Streams Und Ja wie gesagt Wenn ich 30 Zuschauer Im Streamer reiche Dann gibt es auf jeden Fall Das erste Geschenk von mir Allen Top Shatter Ich habe es mir überlegt Ich werde dann 30 35 40 45 Dann immer weiter Immer weiter gehen Ähm Ja Damit ihr auch Freude und Spaß An den Streams habt Habt Genau Mit B Habt Auf jeden Fall Werde ich das erste Gewinnspiel Auflösen Und zwar Hier Ein von den 3 PS3 Spielen Wir machen es kurz so knackig Ich blende jetzt den Kommentar hier ein Ja Ja Verschü Mr. 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 The Cut Marcel Ich habe es auf jeden Fall Nicht Ich habe diesmal nicht mit random gearbeitet Sondern nach meinem eigenen Instinkt Ähm Und ja Der sagt mir Der Marcel Kann sich hier ein Von den 3 PS3 spielen aussuchen entweder gta schlagt den drab oder star the close republic heroes ist ja auch nicht schwer kontakt aufzunehmen whatsapp ne das bleibt mir auch whatsapp genau ganz easy locker flockig so genau so leute zweites giveaway war ja waren ja hier die karten ja auf jeden fall hier die power karten jacqueline ist noch den und 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 der gewinner kann auf jeden fall auch entscheiden wo ich meine unterschiede packen soll und genauso wie bei mr die karte werde ich jetzt den kommentar einblätten von dem gewinner herrott da bin masterful fans der toby gewinnt die karten genau sind auf jeden fall viele baukern dabei und ich glaube der komplettsatz von den base karten der matchtech 17 16 17 serie genau schreibe ich auf jeden fall auf instagram an ich werde es hier noch mal so wieder als bild wieder so hier so hin machen ich weiß auf jeden fall der skywalker unterstrich unterstrich max fiedler irgendwie so ja warm leute ja auf jeden fall danke noch mal für euer support das ist echt heftig leute zu 921 abonnenten leute was ist das wir haben jetzt schon bei insta und auf youtube schon fast die tausende reich bei 1 dass sie jetzt schon 968 ja bei youtube jetzt schon fast die 1000 und ja im 24 werde ich auch den topschetter was zu schicken was schönes kleines zu schicken genau das ist egal wie viele zuschauer wir haben im 24 ich werde trotzdem den topschetter was zu schicken ja egal wer es ist also genau so das war erst mal vorher das letzte abo special das nächste abo special gibt es wie gesagt bei 1000 abos den 24 und dann würde ich sagen gibt es erst bei 1250 also 1250 was mit mir heute los wieder ein gewinnspiel genau und ich habe ja bei insta gesagt ich werde mal einen challenge durchführen es ist zwar keine schwierige challenge aber hier ich werde dieses halbe liter gläschen auf ex trinken ich habe gerade eben schon wieder 1 auf ex getrunken weil ich ich habe schon ich habe gerade eben video gedreht also noch noch mal das abo special hier aber wie gesagt der ton war nicht vorhanden deswegen jetzt muss ich jetzt normal drehen und ich muss es auf jeden fall jetzt noch mal ja auf ex trinken also habe ich dann ein liter des tages weg naja zwei das habe heute schon ein liter gedrucken aber auf ex ist immer etwas anderes auf los geht's los los so die prüfung die spaß ja wer fast mit gezählt hat kann der flash für die sekunden anzahlen die kommentare schreiben wäre auf jeden fall sehr lustig würde ich auch sogar ein herz drauf geben genau also wie gesagt ich lese auch immer alle kommentare auch wenn zum beispiel manchmal 20 25 kommentare sind ich lese alle durch auch wenn ihr vielleicht denkt ja da reagiert nie auf die kommentare ich lese alle durch bahn ja dann würde ich auf jeden fall mein abo special betten und ja wenn wir noch mal entschuldigen dass in den letzten tagen auf jeden fall keine videos kamen ich hatte einfach keine zeit leute ich hatte echt keine zeit aber ich habe jetzt eine woche frei und da kommen wir auf jeden fall wieder mehr videos wie gesagt das video kommt vielleicht montag dienstag irgendwie so vielleicht sogar sonntag ja wie gesagt was selbe kennen uns auf whatsapp und tobi kann mich auf instagram anschreiben ich bin raus und bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.